Heute für euch. Die verborgene Wahrheit hinter dem Angriff der Dementoren auf Harry Potter. Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video geht es um Harry Potter, den Gefangenen von Azkaban, die Dementoren und Tom Riddle. Genauer gesagt werden wir über einige wiederkehrende Ereignisse im Gefangenen von Azkaban sprechen. Harrys Begegnungen mit den Dementoren und die schockierende Wahrheit hinter dem, was Harry während dieser Angriffe hörte. Ich werde auch eine Theorie diskutieren. Sind seine zahlreichen Begegnungen mit Dementoren das Ergebnis seines Pechs oder gibt es einen unheimlicheren Grund, warum sie von ihm angezogen werden? Dementoren sind die Wächter von Azkaban. Riesige, unheimliche Kreaturen. Drei Meter groß, mit dunkelgrauer, schorfiger Haut. Als ob das nicht schon schrecklich genug wäre, sind sie auch ein Symbol für Depressionen. Dementoren gehören zu den übelsten Kreaturen, die auf dieser Erde wandeln. Sie bevölkern die dunkelsten, schmutzigsten Orte. Sie ergötzen sich am Verfall und Verzweiflung. Sie saugen Frieden, Hoffnung und Glück aus der Luft um sie herum. Selbst Muggel spüren ihre Anwesenheit, obwohl sie sie nicht sehen können. Kommst du mit einem Dementor wirklich in Kontakt und ihm zu nahe, wird dir jedes gute Gefühl, jede glückliche Erinnerung ausgesaugt. Wenn er kann, nähert sich der Dementor lange genug von dir, um dich etwas wie zu ihm selbst zu machen, seelenlos und böse. Dir werden nur die schlimmsten Erfahrungen deines Lebens bleiben, weil alle Guten vom Dementor ausgesorgt werden. Einer der wiederkehrenden Momente im dritten Buch und Film ist das Auftauchen der Dementoren und die besonders abschreckende Wirkung, die sie auf Harry Potter haben. Jedes Mal, wenn Harry mit einem Dementor konfrontiert wird, hört er die Schreie seiner Mutter, als diese von Lord Voldemort ermordet wird. Das erste Mal geschieht dies gleich zu Beginn des Gefangenen von Azkaban. Eine intensive Kälte überkam sie alle. Harry spürte, wie sein eigener Atem in seiner Brust stockte. Die Kälte ging tiefer als seine Haut. Sie war in seiner Brust. Sie war in seinem Herzen selbst. Harrys Augen rollten in seinem Kopf. Er konnte nichts mehr sehen. Er ertrank in Kälte. In seinen Ohren war ein Rauschen wie von Wasser. Er wurde nach unten gezehrt. Das Rauschen wurde immer lauter. Und dann hörte er von weitem Schreie. Schreckliche, entsetzte, flehende Schreie. Er wollte demjenigen helfen, der es war. Er versuchte, seine Arme zu bewegen, aber es ging nicht. Ein dichter weißer Nebel wirbelte um ihn herum. Harry erinnerte sich an seine eigenen Angriffe. Wenn sie in meiner Nähe kommen, kann ich hören, wie Voldemort meine Mutter ermordet. Zunächst möchte ich sagen, dass es allgemein angenommen wird, dass der Schrei, den Harry im Zug nach Hogwarts in der Gefangene von Azkaban hört, von seiner Mutter Lily stammt. Aber warum schreit sie? Sie schreit, weil Voldemort im Haus ihrer Familie ist und sie ihn anpfleht, Harrys Leben zu verschonen und stattdessen ihres zu nehmen. Der Grund für diese Annahme ist, dass man bei der Begegnung mit einem Dementor gezwungen ist, die schlimmsten Erinnerungen seines Lebens erneut zu durchleben. In Harrys Fall wäre das logischerweise der Mord an seiner Mutter, bei dem er bei Bewusstsein war, wenn auch als Baby. Doch heute möchte ich diese Vorstellung und Harrys Zitat in Frage stellen. Der Kampf gegen einen Dementor, der Kampf um seine Seele, ist sicherlich keine angenehme oder leichte Erfahrung. Deshalb glaube ich, dass Harry die Dinge falsch eingeschätzt hat. Bei der verwirrenden Erfahrung eines Dementorenangriffs habe ich den Eindruck, dass die Erinnerung, die Harry hörte, gar nicht seine war, sondern vielmehr Voldemorts. Lass mich das mal genauer ausführen. Alles begann in der Nacht des Angriffs auf das Potterhaus am Mittwoch, dem 31. Oktober. An diesem Tag reiste Voldemort nach Godric's Hollow, wo die Familie Potter lebte. Hier ermordete er James und Lily in dem Versuch, Harry zu töten. Er hatte ein klares Ziel, Harry Potter zu eliminieren. Nachdem er sich seiner Eltern entledigt hatte, wollte Voldemort Harry mit einem letzten Avada Kedavra töten. Voldemort hatte die feste Absicht, Harry zu töten. Denn ohne seinen Tod gab es für ihn keine Möglichkeit, die Prophezeiung zu verhindern. Zumindest dachte er das. Endlich zielte er mit seinem Zauberstab auf Harry und ließ den tödlichen Fluch auf das kleine Kind los. Doch der Fluch wurde aufgehalten. Denn das Liebesopfer, das Lily brachte, sorgte dafür, dass Harry beschützt wurde. Das bedeutete, dass Voldemorts Tötungsfluch direkt auf ihn zurückprallte. Im Grunde genommen verwandelte Voldemort Harry Potter an diesem Tag in einen Horcrux. Als Voldemort versuchte Harry zu töten, prallte der Fluch zurück und spaltete seine Seele. Da Voldemorts Körper zerstört wurde, konnte er das Seelenfragment nicht einschließen, um die Erschaffung des Horcruxes zu verenden. Ein Teil der Horcrux-Erstellung beinhaltet einen Zauber, der die Seele in ein physisches Objekt einschließt. Da Voldemorts Seele ohne jegliche Anhaftung zurückgelassen wurde, klammerte sich an das einzige Lebende, was vorfindbar war, und das war Harry. Aus diesem Grund enthielt Harry Voldemorts Seelenfragment, war aber nie von ihm besessen. Dadurch entstand eine enge Verbindung zwischen den beiden. Ein Stück von Voldemorts Seele existierte nun in Harry, was bedeutete, dass sie einige Gedanken und Fähigkeiten teilten. Harrys Fähigkeit, mit Paselmund zu sprechen, kam zum Beispiel von dieser Verbindung. Auf einer höheren Ebene waren ihre Leben nun aneinander gebunden. Was bedeutet das für Harrys Erfahrung im Zug? Das bedeutete, dass Harry die schlimmsten Erinnerungen von Voldemort durchlebte. Die beiden hatten eine übersinnliche Verbindung und es wird im Laufe der Geschichte immer wieder betont, dass ihre Seelen in vielerlei Hinsicht miteinander verbunden sind. Nach dem Angriff auf den Zug ist Harry ziemlich ausgelaugt und es wird oft betont, dass er besonders empfindlich für Dementoren ist. Und warum ist das so? Weil er jedes Mal, wenn er angegriffen wird, die schlimmsten Erinnerungen von zwei Personen durchlebt. Seine eigenen und die von Lord Voldemort. Als Harry die Schreie im Zug hört, sehen wir das aus zwei Perspektiven. Seine eigenen und der von Lord Voldemort. Es macht also durchaus Sinn, dass die beiden eine gemeinsame schlimmste Erinnerung teilen. Harrys schlimmste Erinnerung ist die an den Mord seiner Mutter und Voldemorts schlimmste Erinnerung ist die Nacht, in der er besiegt wurde, unfähig den Jungen zu töten, der überlebte. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, den Tod seiner eigenen Mutter aus erster Hand zu erleben, musste Harry es auch nochmal durchmachen, wenn er von Dementoren angegriffen wurde. Und nicht nur das. Er musste auch die Qualen und den Schmerz erleben, die mit Voldemorts schlimmster Erinnerung verbunden sind. Alles zur gleichen Zeit. Im Wesentlichen ist Harry also doppelt so empfindlich gegenüber Dementoren. Okay, das beantwortet also die Fragen, warum Harry so schwer betroffen ist und warum er so empfindlich auf den Kuss des Dementors reagiert. Es beantwortet jedoch nicht, warum er sich so sehr zu ihnen hingezogen fühlt bzw. sie zu ihm eher. Abgesehen davon, dass er sich ständig in Gefahr begibt, scheinen sie immer hinter ihm her zu sein. Die Hauptangriffsform des Dementoren, der Kuss des Dementors, ist ein Mittel, die Seele einer Person auszusaugen. Ein Schicksal, schlimmer als der Tod. Wenn also ihre Hauptmotivation darin besteht, mehr Seelen auszusaugen, warum sollten sie sich besonders zu Harry hingezogen fühlen? Remus Lupin sagte stets, dass es die Schrecken von Harrys Vergangenheit waren, die sie zu ihm hingezogen haben. Dem stimme ich jedoch nicht ganz zu. Ich habe eine andere Theorie gefunden. Wie ich bereits erwähnt habe, machte Voldemort Harry versehentlich zu einem lebenden Horcrux, indem er ein Stück seiner eigenen Seele in ihn hineinlegte. Das bedeutete, dass Harry nicht nur seine eigene Seele trug, sondern auch ein Stück der Seele eines anderen Menschen. Meine Theorie lautet also dazu, die Dementoren wurden von einer zusätzlichen Seele angezogen, die Harry bei sich trug. Also, Harry ging mit einer zusätzlichen Seele durchs Leben und ich denke, dass dies ihm zu einem ziemlich attraktiven Ziel macht. Das ist wie eine Art Zweifel-eins-Angebot für die Dementoren, die einfach nur eine Seele aussaugen wollten und gleich Zweifel bei Harry bekommen. Für einen Dementor war Harry der ultimative Leckerbissen. Also denke ich, dass das genau die Theorie ist, die wahr sein könnte. Und das war es auch wieder mit diesem Video. Was denkst du darüber? Denkst du, die Dementoren haben sich extra hingezogen gefühlt zu Harry wegen seiner zwei Seelen oder hat das einen anderen Grund? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Like und einen Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.